Bei der größten Veranstaltung in Schorens, dem internationalen Schor und Saifa-Fanlauf, kamen 1666 Läufer ins Ziel. Wir starten mit dem Zieleinlauf der Bambinis. Viel Spaß dabei! Ich bin extra beim ersten Lauf gelaufen, damit wir irgendwann ankommen. Ich bin extra beim ersten Lauf gelaufen, damit wir irgendwann ankommen. Und ja, es ist anstrengend. Da der Zeitmessungschip sehr teuer ist, muss er unbedingt wieder zurückgegeben werden. Die 12. März sind Rüderike Behrens aus Hochsil. Kista B.S. Da haben wir für den Wachter aus ganzem Melianzen. Sieg Lübben in Bahnhof, dort in Unterstauern und Unterricht. Der Ole Nettelstroth. Ganz links drauf, Ole. Der zweite Sieger, der Fuchs, der Nico Fuchs. 3 Minuten 54 Sekunden. Seine Siegerzeit. Zweiter Sieger. Und der erste Sieger, nämlich der Tamo Dörner vom TV-Stollham. 3 Minuten 53 Sekunden. Nochmals ein Applaus für die schicken Damen und Herren hier beim Dielfers Anlauf 2014. Die erste Siegerin und Sieger. Auf Wilhelmshafen, Nele Thiemann. Bravo. Die zweite Siegerin, glaube ich schon mal, aufs Tröpfchen. Und die Siegerin, die Hering. Und dazu, Gesellen, jetzt die Mädchen, gehen mal ganz kurz. Der zweite Sieger mit einer Zeit von 3 Minuten und 26 Sekunden. Klaas Röschke. Viva Pfander. Dankeschön. Nils Schüttelhöfer. Auf dem dritten Platz, ganz links. Wo ich glaube, da werden die Spiele her. Ich rufe schon mal die Nächsten auf die Bühne. Nämlich die Gruppe U16 bei den Damen. 2 Minuten 27 hat die Klaas Röschke. Genau, ein 3,7 und den Beisetzten sagt. Wir laufen jetzt seitlich am 14. September den 20er. 18 Minuten wollen. Jetzt hat sich Aders Toll in den Fügel angelegiert. Und das ist der Klaas Röschke. Nein! Jetzt hat er in den Fügel angelegiert. Ich rufe schon mal. Ich rufe schon mal. Ich rufe schon mal. Oh Gott! Ja! Danke dir! Ich glaube, Peter, das ist ein Mario Gratt-Aule, bekennender Hase, mit 1806, Nils Kordes, Peter, Bigman. In der Zeit, dass sie kriegt eine Medaille und Andreas hätte nicht umwählen sollen, für den Nicht-Durchsied. Bares Kapoffe, der sich mal unter dem Pabellon verzündet. Vielleicht ist es auch noch am Garten. Und vor zwei Wochen bin ich noch mal, also vor zwei Wochen war Nachtturmant noch mal. Ah, hab ich mich geschwopft. Andrea Schwert, BV Gustafsburg. In der mittleren 47er Zeit, um die 4.45er auf den Kilo. 25 Jahre, der Junge vom BSC, Urhafa-Aurig, 910, Markus Schmold aus Oldenburg, der 740, der Sebastian Wins, Abo-Weinlich. Ich starte mal 606 für das Erwartungauftrieb. Sehr schön, herzlich willkommen. Und Wilfried Janssen, der S.V. Halle. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Neben Vicky Lohr-Fürgern-Bahn, auch er von dem, ihr dieses Jahr seid zu. Der OOCL. Für das Jahr in der Neunerzeit. Glückstag. 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 Wir sind noch der letzte. Wir sind noch der letzte. Okay, wir sind noch der letzte. Wir sind noch der letzte. 4.1. Eine Zehnerzeit von 34.52. Herzlich willkommen. Start mal 17. Freiburg. Wochenblatt TV bringt Exklusivbilder vom 10-Meilen-Lauf. Esklusivbilder 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 vom 10-Meilen-Lauf. Auf Platz 2. Ja. Ja. Esklusivbilder vom 10-Meilen-Lauf. Esklusivbilder vom 10-Meilen-Lauf. Esklusivbilder vom 10-Meilen-Lauf. Ja. Ja. Esklusivbilder vom 10-Meilen-Lauf. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020